Willkommen im Skapetia Online Shop. Hier finden Sie alle Informationen über Gutscheine und aktuelle Rabattcodes. Wo finde ich unsere Gutscheine? Entweder in der Kategorie Sale oder unter Hilfe und Kontakt. Hier werden Sie auf unsere Rabattseite weitergeleitet. In dieser Übersicht finden Sie alle Informationen bezüglich Gültigkeit und Laufzeit der Gutscheine. Am einfachsten ist es, Sie kopieren direkt den Gutscheincode aus der betreffenden Aktion. Nun müssen Sie nur noch Ihre Traumleuchte dem Warenkorb hinzufügen. Im Warenkorb finden Sie eine Zeile mit Gutscheincode eingeben. Falls Sie den Code per Hand und nicht durch Kopieren eingeben, achten Sie bitte auf die korrekte Schreibweise. Mit einem Klick bestätigen und sofort wird der gewünschte Betrag oder Rabatt abgezogen. Sollte Ihr Rabattcode trotz korrekter Schreibweise nicht akzeptiert werden, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam. Viel Spaß beim Einlösen.